Das ist Emily. Sie möchte gern wissen, was auf der Welt passiert. Manchmal hört sie Radio, sieht fern oder liest eine Zeitung. Aber meistens schaut sie einfach im Internet. Auf Google, Facebook oder Twitter. Auf vielen dieser Plattformen kann sie auch selbst Beiträge erstellen und sich mit anderen Menschen austauschen. Die Plattformen sind eine Mischung aus Medien und Internetanbietern. Internetanbieter wie die Telekom oder Vodafone bieten die technischen Voraussetzungen, um überhaupt online zu gehen. In Medien findet Emily Informationen. Diese wurden von einer Redaktion erstellt. Auf den Plattformen findet Emily auch Informationen. Im Gegensatz zu den Medien erstellen die Plattformen sie aber nicht selbst, sondern bieten nur ein Portal, damit Emily die Informationen sehen kann. Dazu kommt, dass die Plattformen aus den Inhalten von Nutzerinnen und Nutzern auswählen und sie anordnen. Emily scrollt durch Facebook und sieht Beiträge, die sie interessieren können. Welche Beiträge sie sieht, hat die Software von Facebook entschieden. Bei einer Zeitung, im Radio oder im Fernsehen entscheidet das die Redaktion. Nach welchen Kriterien die Software entscheidet, weiß Emily nicht genau. Facebook ist also mehr als nur eine Plattform für die Inhalte. Denn es entscheidet auch, welche Nachrichten überhaupt angezeigt werden. Das kann aus zwei Gründen problematisch sein. Erstens, die Betreiber von sozialen Netzwerken und Suchmaschinen sind profitorientierte Unternehmen. Sie verdienen mit Werbern, zeigen ihr Geld und zeigen vor allem jene Inhalte an, die sich Emily möglichst oft und lange ansieht. Denn je länger sie auf einer Seite bleibt, desto mehr Werbung sieht sie. Zweitens, Beiträge, die eine besonders hohe Reichweite erzielen, werden bevorzugt angezeigt. Katzenvideos gewinnen häufig gegen Journalismus. Menschen informieren, das haben früher vor allem Medien gemacht. Jetzt haben Suchmaschinen und soziale Netzwerke diese Aufgabe zum Teil übernommen. Damit haben sie auch viel Verantwortung. Denn es ist ein Menschenrecht, sich frei informieren zu können. Bist quartiereaison. Bist quartiere. Dr. Kippert. von